Willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Skyrim. Und ja, wir müssen uns jetzt auf einen Kampf vorbereiten. Wenn wir nämlich jetzt nach Weislauf kommen, wird uns gesagt, dass die Stadt überfallen wird. Jedenfalls war das so, letztens. Ja, da ist das. Ich will volunteer. Jo, ähm, wir sind natürlich dabei. Wir müssen unsere Stadt verteidigen, aber erst wenn ich mit meiner Maus klarkomme. Ja, ich glaube, das ist, so kann man spielen. Sieht doch gut aus. Ja, was gibt's Neues? Ich weiß nicht, ich hab, äh, die neuen Red Bulls gekauft, die so bunt sind. Oh, seit wann sind denn hier Leute? Wo geht's lang? Aber da müssen wir gerne rein, mal gucken, was das da für ein Zeltlager ist. Dich, äh, fahr mir neu. So. So. Ach, wir werden nur von Mandifen angekuckt. Ich dachte jetzt schon, richtiger Angriff. Irgendwie meine ich, dass ich schon mal so eine Schlacht um Weislauf geschlagen habe. Das sind aber doch viele. So. Ich musste mich langsam mal heilen, denke ich. Ja, das geht nicht lange gut, das geht nicht lange gut. Ähm, Schnellheilung und gleichzeitig flamen wir sie einfach mal ab. Warum ist das gescheitert? Sind die alle tot, oder was? Mist. Ich hab mein Best... ... festgegeben und bin toooot. Nein. Okay. Ja, Skipper sehen echt aus wie eine Ratte. Widerlich. Naja, wir wissen ja, was uns bevorsteht. Wir können das nochmal machen. Und vielleicht sollte ich auch mal mein Schwert verzaubern. Ja. Ich werde, sobald ich, ähm, hier mit dieser Schlacht fertig bin, werde ich mein Schwert verzaubern, dass es immer alle in Flammen steckt oder so. Vielleicht kann ich mein Schild auch noch irgendwie verzaubern. Weil ich glaube, ich muss auf jeden Fall stärker werden im Kämpfen. Ja, das würde ich sagen, das ist so das Ziel. So, ich hoffe, das geht jetzt. Einigermaßen. Oh, unsere Pferde machen sogar auch mit. Wer ist denn der Anführer? Das ist der Anführer, oder? Ja, Banditleutnant. Boah, wehe. Mein Pferd stirbt jetzt wegen so einer scheiße Aktion. Ich hab nicht gesagt... Das war in den Stellen. Ich hab nicht gesagt, es soll mitmachen. Schnellheilung, gleichzeitig Flames. Oh, ich habe ja alles in den Blech gemacht. Wo ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Fuck, 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 jetzt werde ich sterben, jetzt werde ich sterben... Äh, danach gehe ich auf jeden Fall mal meine Sachen verzaubern. Also. Wir müssen mal eben gucken. Ich habe mich infiziert mit diesem Vampir-Kack-Ding. Aber ich habe ja vorgesorgt. Ich werde nicht übertrieben. Und habe einfach mehrere. So, haben wir es jetzt geschafft? Nee, noch jemand. Wer denn noch? Der. Und der dahinter auch noch. Ach. Ein nackter. Soll das so? Oder ist das, äh, wieder eine Spezialsonde an Fertiglose? Nee, ich glaube, das soll so. Das sieht jetzt ja nicht so schlimm aus. Wo sind noch welche? So, kommt. Wir speichern jetzt einmal. Dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Haben wir es jetzt geschafft? Oh, sorry. Oh, okay. Okay, ein bisschen Geld habe ich bekommen. So, jetzt kann ich die natürlich noch... Ich hoffe, die sind noch da. Dass ich die noch schön ausnehmen kann. Ah, hier waren die, ne? Nee, das ist mein Pferd. Dann finde ich das scheiße. Nee, das ist nicht mein Pferd. Kann ich einmal durchsuchen. Brauche ich aber auch nicht. So, wir reisen jetzt nach Drachenfeste. Wobei, da ist so ein arcanes Ding. Kann ich mein Schwert ein bisschen verzaubern. Ich hätte das speichern sollen. Aber naja. Kann man ja jetzt immer noch. Und weiter geht's. Zur Abwechslung ist mal wieder gutes Wetter. Wir waren ja jetzt... Äh. Warum? Ach gut, ich kann sie öffnen. Und ich wollte schon sagen, warum kann ich sie nicht öffnen? So. Wenn ich mich recht insinne, ist hier rechts so ein arcanes Zauberding. So. Ich möchte mein Schwert verzaubern. Und zwar... Gesundheitspunkte? Ist natürlich geil, ne? Frostschaden. Ziel in Brand ist auch geil. Ah, also ich überlege. Ich würde mit Gesundheit absorbieren. Ist natürlich geil. Ja, das machen wir, glaube ich. Da muss das Ding auch nicht brennen. Und ein Seelenstein. Herstellen. Äh. Äh. Seelenstein? Ja. Gewöhnlicher. Ist egal, welcher. Nehmen wir mal einen gewöhnlichen. Nehmen wir das. Und jetzt machen wir... ...herstellen. Warum kann ich nicht R drücken? Ah, muss der ist auswählen. Gegenstand verzaubern. Ja. Cool. So. Ähm. Magie-Resistenz hat das Schild schon. Kann ich noch irgendein... Ist doch cool. Ja, das reicht mir jetzt erstmal. Ich rede nochmal mit dem. Ja, ne. Das interessiert mich nicht. So. Ähm. Dann. Ach, ich kann nicht schnell reisen. Schade. Ja, dann gehen wir jetzt einfach nach Hause. Vielleicht speichern wir auch das noch einmal. Gegen. Dann kann ich den von vorhin... Da ist ja nichts passiert. Ich glaube, die Verzauberung ist eher gut als schlecht. Absorbieren würde für mich bedeuten, die Gesundheitspunkte von dem Gegner gehen auf mich über. Oder er geht halt schneller tot. Ist mir ja auch egal. Ist beides cool. Boah, ich kann mich echt nicht satt sehen an dieser warmen Welt. Vielleicht hört man es. Bin leicht erkältet. Weil das einfach kalt ist. So. Billet-Horse gemischt waren. So. Danach müssen wir aber auch wieder zur Akademie. Da geht es eigentlich noch weiter. Ja, die Amulett-Dinger will ich eigentlich behalten. Was macht mein Amulett? Die Ausdauer steigern. Ganz ehrlich, will ich überhaupt was verkaufen? Ne, ich habe, glaube ich, schon alles, was ich verkaufen will, verkauft. Ich wollte eher die Sachen bei mir lagern. Ja. Ja. Komm, machen wir. Ist zwar nicht nötig, weil ich ein bisschen übertrieben habe und einfach sehr, sehr, sehr viel tragen kann. Vielleicht kommt da ein bisschen so der Messi durch, dass ich immer alles behalten möchte. Aber man weiß ja auch nicht. So, die Kiste, wo alles reinkommt. Und so. Ja. Die brauche ich nicht. Oh, das Quest-Objekt. Also. Ähm. Die tun wir einfach mal weg. Die, äh. Brauchen wir nicht. Alter Nordfall. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Die nerven mich da einfach nur. Stahl und Eisenpfeil ist voll okay. Wegtun, wegtun, wegtun. Weg. Na, Quest-Gegenstand. Wegtun. Und wegtun. So. Ganz ehrlich, die ganzen Gifte. Nutze ich eh nicht. Die tun wir alle einfach mal weg. Die tun wir alle einfach mal weg. So. Zaubertrank. Gut, die könnte ich eigentlich, ehrlich gesagt, alle mal benutzen. Aber soll ich die ganze Scheiße mal mitschleppen? Brauche ich echt alle nicht. Ich brauche nur den da. Zaubertrank der Gesundheitsheilung. Ja, sorry, Leute. Spannender Part. Ich weiß. Den werde ich eh nie nehmen. Ich will jetzt nicht wissen, was alles in der Truhe drin ist. Mehrere Schwerter. Ganz viele Klamotten. Ganz viel Gift. Ja, dann ist das aber so. Bücher will ich auch nochmal loswerden. Brauche ich auch nicht. Okay, das kann ich nicht entfernen. Ja, das Essen nehmen wir einfach mit. So, das reicht mir jetzt. So, wir gehen jetzt einmal da raus und uns angucken, was dieses Zeltlager da vor unserer Stadt soll. Wir waren echt lange hier nicht mehr unterwegs und da hat sich vielleicht einiges getan. Bestimmt mehrere Spielstunden nicht hier. Ich weiß nicht, wie viele das dann in Skyrim sind. Hier vorne müsste das ja dann sein. Hm, jetzt ist es irgendwie... Ach, hier. Vielleicht einfach mal mit denen reden. Cool, ich habe eine neue Quest. Ja, die lese ich gleich. Okay. So. Eben die Quest. die Notiz lesen. Die finde ich ja jetzt auch schnell, weil ich Heiligen-Banditenlager, Verführer-Banditenlager. Die Straßen waren harsch und gesäumt Achso, die Straßen waren harsch und gesäumt von Banditen von Weißlauf bis Makat. Ja, Wachen reisen mit Rieschsat, aber sie sind hierfür nicht gewappnet. Der Feind trägt gräselhafte goldene Waffen und glänzende Rüstung. Rieschsat kennt solche Dinge nur aus Erzählungen. Ihr Lager befindet sich direkt westlich des nördlichen Buchbeinpasses. Jedes Mal... Ja, keine Lust mehr weiterzulassen. Cool, dann haben wir eine neue Quest. Ach, die haben einen echten Schwanz. Ich dachte, das wäre so ein Feldschwanzkostüm. Ja. Ich fände es irgendwie ein bisschen cool, wenn man das dann echt so im Tutorial... Need something? Nein. Sorry, tut mir leid, aber... Ich habe noch kein Kind adoptiert. Das wollte ich jetzt auch noch nicht. Aber wir waren ja eigentlich... Es war immer... Nein. Es war immer noch hier oben beschäftigt. Mit Neleka, muss ich mal widersprechen. Oder mit, äh... Melde dich bei dem. Ja, machen wir das mal. Weil wir haben da ja einiges rausgefunden in diesen komischen Ruinen, wo wir letztens waren. In den Ruinen von, was weiß ich... Zulfd? Zulfd? Versucht mal, M.U.Z. auszusprechen. Ja, mal gucken. Wo? Ah, hier ist der, mit dem ich reden muss. Halle, der Element. Oh, oh, oh. Ist das normal? Und die geht fast einfach rein. Also... Ich würde ja... Eigentlich... Äh... Eigentlich... wollte ich leicht im Schutz wirken. Aber naja, egal. Das hat anscheinend jetzt geklappt. Hi, Ankano. Redest du mal mit mir? Hallo. Ja, die ist beschäftigt. Sehe ich auch, aber ich soll mit ihr reden. Ups. Ich stehe. Dann suche ich ihn mal. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Dann kann er... I always said there wasn't something right about him. And it just goes to show that you should never trust the Thelmour. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Die sieht auch schön aus. Die sieht auch schön aus. Oh, was ist denn hier los? Oh. Oh, was ist denn? Wir müssen jetzt kämpfen. Draußen. Okay, irgendwas mit dem. Ja, also irgendwie ist ja gerade jede Stadt in Gefahr. Aber da kriegen wir hin. Kommt sie jetzt mal? Ja, sie kommt gut. Oh. Eisgeist da. Nein, nicht schnelles Speichern. Schnelle Speichern führt ein Arsch. So. Ja, wir benutzen mal das neue Schwert. Die Schwertdinger brauche ich dann aber nicht. Ich glaube, dass man anders gegen sie kämpfen sollte. Auf der anderen Seite denke ich, wenn ich nicht mal zu gegen sie kämpfe. Dann... Wie dumm ist das denn? Okay, das geht also nicht die ganze Zeit. Ja, okay. Ist trotzdem besser als nicht. Okay. Ich weiß halt nicht, wenn das magische Ammonie... Ich könnte es ja mal mit Magie versuchen. So, die sind aber gleich auf tot. Ich habe zwar schon Blut bei mir drauf. Auf meiner Linse oder wie ich das auch immer nennen soll. Oh, sorry, 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 sorry Oh, ja, interessanter Wecker Wow Gleich haben wir es Ja, diesen Schrei sollte ich echt häufiger mal benutzen Wo ist die andere? Eine fehlt noch Och, hast dich versteckt Ich glaube, das ist extra, dass die einen jetzt irgendwo hinführt Wie lustig, erbärmlicher Seelenstein Ach ja, als er, ich vergaß Schwach, mickrig, gewöhnlich Armselig Cool, eine war mal ein bisschen größer Nochmal armselig Und schwach Okay Gehen wir mal weiter Wir sollten jetzt eigentlich auch mal speichern Das Spiel war zwar in letzter Zeit sehr stabil Aber trotzdem weiß man ja nie Ich kann aber nicht speichern und laufen gleichzeitig Weshalb ich jetzt erstmal laufe So, jetzt hatte ich keine Ausdauer mehr Jetzt kann ich immer speichern Wahrscheinlich ist die Person, die ich suche, wieder da drin Hä? Nein, was soll ich machen? Melde dich bei mir Ja, jetzt ist die da drin Ich hatte es nicht markiert Ich habe den Weg auch so gefunden Ah, hier ist sie Oh, sie hängt da immer noch rum Ich muss hier Ich muss hier sein, zu sehen, ob wir zu Arn Kono und stoppen das Besides, du hast alle diese Visions, nicht? Was? Das kann nicht sein, das ist ein Coincidence Der Archmage Er... Er hat mir etwas vor kurzem Er hat mir gesagt, es war von Labyrinthian und ich weiß, was mit dem Zeitpunkt zu tun Ich denke, ich denke, er hat das für dich gedacht Ich bin nicht sicher, warum, aber es war etwas sehr persönlich für ihn Ich denke, dass du diesen Amulet Ich denke, du solltest das Amulet Ich nehme es und raus aus hier Bring back die Staffe, bevor Arn Kono bringt das ganze College um uns Es gibt keine Erwartungen Es gibt keine Erwartungen Ich hoffe, dass irgendwelche Erwartungen gemacht werden mit den Mitgliedern der College erst Okay, alles klar, also Bestab des Magnus Wir haben ja echt eine Milliarde Quests, da kann ich noch ewig weiterspielen So Ich will den Ort nicht markieren Wie kann man ihn denn entmarkieren? Na, ist egal So, entmarkieren Gut Dann würde ich sagen, wir gehen raus Oder wir warten hier und überlegen dann, welche Quest wir machen Ich speichere erstmal, gucken wir dann, was weitergeht Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Mal Danke fürs Zusehen Tschüss Tschüss